Ja, Tricky! Du wirst... ...eine Teilzeit ist ganz sicher nicht den Weg zu gehen. Aber ein wenig... Okay! Hecklos! Okay! 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 Wohohoho! Applaus! Ja, Spoiler! Ja! Ja! Nicht schlecht! Hehe! Belang! Ja... Ja! 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 Ja Okay, ähm... Wo ist mein Guiding Light? Ey! Ey! Mein Eis bist, das Licht ist weg! Naja... ...Moment! Halt! Habt ihr das gesehen? Schaut mal,... Guckt euch mal an, wer da steht, den kennen wir doch. Ja, und Cutscene. Let's just see you take it, ha! Heh heh heh. Yeah. Oh no, oh no. Ouch, no, 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 no. Oh no, oh no. Give it your best shot. Ja, C-C-H-O. Give it your best shot. Oh! Stop! Stop! Oh no, oh no. Hehehe. Clutch! Oh no! The Chaos Emeralds! The Chaos Emeralds! Ha 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 ha! Eggman! Oh! Oh no! Ha! Like taking candy from a baby! That's a Chaos Emerald! Nee, ehrlich! That's right, fool! You made it all too easy! You practically gave them to me! Hold it right there, creep! You can't get away with this! Knuckles! Don't tell me Eggman tricked you again! Don't me! What about you? Way to go, Knucklehead! 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 Now I have four lovely Emeralds! Chaos! 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 These are for you, my friend! Ah! 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 He turns forward! Yeah! Man! No one ever cuts us any slack! What about you? What's coming? A nice boss fight! Chaos! Where? No, 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 no! Technic Chaos! What about you? Oh! What about you! What about you? Rock! Let's go, 10's! Oh! Ohhhhhhhhhhh Die weg Eigentlich auch kein Problem Oh jetzt... Oh man hat er aus Oh der hat ein bisschen mehr, der ist vielleicht noch bei uns 3 Mord Gut, 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 gut Shockwave, boom Boom Jetzt mal noch Seelhose Tau Tau Ich hab mich Bitch-Slapped Hm, noch nicht einmal, würde ich sagen Das war mies Okay, ja, dann haben wir so weit Ich würde gerne kommen hier Oh, Slap Ich dachte, ich würde hier nur noch einmal, dann sind wir gut Aaaaaaah Uah Wow Wo Das ist ja nur noch ein 2-Shop drin Das ist ja Auch Jetzt bleibt noch eine GG Aaaaaah 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 Auaah Auch halt endlich auch Ja, dank Schöön Tot Hey Ein großer Maler Ich glaub, das folgt doch noch jeden Boss Ich glaub, das folgt doch noch jeden Boss Ja, enemy score für nen Boss gibt's grad mal lausige 1.000 Punkte Also, ein Glück, ich habe nicht drei Ringe mehr gesammelt. Und noch eine Zwischensequenz. Ich bin gerade so schön am Laufen, ich will irgendwie gar nicht aufschauen. Nenn mich nicht, Freunden-Fickfresser. Wir können ihn nicht wegwerfen lassen. Lass uns in meine Arbeit gehen und wir nehmen den Tornado! Ja! Ihr geht's! Ich habe ein wenig unendete Geschäft, um zu beurteilen. Kein Problem, Knuckles. Wir nehmen alles hier. Komm schon! Los geht's! Ich bin ja schon weg, wenn du wirklich so loswerden willst. Also, auf zur Werkstatt. Sonic, warte hier für einen Moment! Ich warte und warte. Deine Sekunde ist übrigens schon vorbei, Tails. Ja, Ach, Tails ging so noch so lange. Alles nicht gelandet worden. Ich dachte. Wir haben keinen gedacht. Hier kennen wir alle noch aus Sonic Adventure 3 und nachher. Der Tornado! Skychase Act 1, Sub-Game! Ach genau, Sub-Game heißen die hier. Ziel, einfach zu dem. Oh, hier ist vor allem nicht schon. Now! Vielen Dank.